In diesem Video schauen wir uns mal das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl in Thüringen an und dazu blicken wir zunächst einmal kurz auf die Wahlbeteiligung. Die betrug 73,6% und war damit für Thüringer Verhältnisse ziemlich hoch. Ein neuer Rekordwert wurde knapp verfehlt, denn das bisherige beste Ergebnis bei der Wahlbeteiligung stammt aus dem Jahr 1994, also von der zweiten Landtagswahl in der Geschichte des Landes Thüringen in der Bundesrepublik Deutschland und das waren 74,8%. Also da fehlte nicht viel für ein neues Rekordergebnis. Aber sicherlich viel spannender als der Blick auf die Wahlbeteiligung ist das Ergebnis hier, das wir sehen können, also der Blick auf das Ergebnis und das wollen wir jetzt mal machen. Wir schauen zunächst einmal auf das Ergebnis der Linken und die stürzt tatsächlich ziemlich stark ab von 31% im Jahr 2019 auf 13,1%. Das sind massive Verluste. Die Linke bleibt zweistellig, aber sie musste sehr, sehr viel von ihrem Stimmanteil von 2019 hergeben und die Linke ist auch nicht mehr stärkste Kraft wie noch 2019. Im Gegenteil, jetzt ist man nur noch auf Rang 4. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat es in Thüringen aus dem Stand heraus auf 15,8% gebracht. Damit ist das BSW trittstärkste Kraft und hat die Linke überholen können. Die SPD, die bleibt nach wie vor im Landtag vertreten, muss allerdings Verluste hinnehmen und damit einen historischen Tiefstand schlucken in gewisser Weise mit den 6,1%. Aber ja, aus SPD-Sicht ist vielleicht das Minimalziel eben erreicht, nämlich weiter im Landtag vertreten zu sein. Das trifft tatsächlich nicht auf die Grünen zu. Die schaffen es nämlich nur auf 3,2% und fliegen damit aus dem Landtag raus. Gleiches gilt für die FDP, die 2019 noch auf 5% gekommen ist, also auf genau 5,0% gekommen ist. Jetzt liegt die FDP bei 1,1% und scheitert damit ziemlich klar an der 5%-Hürde. Und damit passierte das zum fünften Mal bei acht Landtagswahlen. Bei den Grünen ist die Bilanz ausgeglichen. Viermal bei den acht Landtagswahlen hat man es reingeschafft ins Parlament. Viermal ist man gescheitert. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mario Vogt kommt auf 23,6%. Das ist für die CDU tatsächlich kein so berauschendes Ergebnis, denn es ist das zweitschlechteste in der Geschichte. Es ist zwar besser als 2019, aber gar nicht so viel. Und die CDU ist nicht stärkste Kraft geworden, sondern liegt hinter der AfD, die die Landtagswahl dann doch ziemlich klar gewonnen hat. Mit fast 10 Prozentpunkten Vorsprung auf die CDU kommt die AfD auf 32,8%. Und die Sonstigen kommen insgesamt auf 4,3%. Und anders als in Sachsen spielen die Sonstigen Parteien hier keine Rolle bei der Sitzverteilung. Wenn wir jetzt auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl blicken, dann sehen wir drei positive Balken. Zum einen der Balken bei dem BSW, das sind 15,8 Prozentpunkte. Dann haben wir einen ziemlich großen Plusbalken für die AfD in Thüringen, plus 9,4 Prozentpunkte. Ja, und die CDU liegt auch im positiven Bereich mit plus 1,8 Prozentpunkte. Da sind die Gewinne allerdings nicht ganz so groß. Ja, und bei den Verlierern haben wir die Grünen minus 2 Prozentpunkte, die SPD minus 2,1 Prozentpunkte, die FDP minus 3,9 Prozentpunkte. Die Sonstigen verlieren doch deutlich minus 6,1 Prozentpunkte. Und ja, die Linke ist die ganz, ganz große Verliererin. Wenn wir rein auf die Zahlenwerte blicken, dann sind das minus 17,9 Prozentpunkte. Die Linke hat sich mehr als halbiert. Aber ich habe es auch schon im Video zu Sachsen gesagt, wenn man zum Beispiel auf die FDP blickt, dann sind die Verluste für die FDP auch ziemlich stark. Denn man hat im Prinzip fast 80 Prozent des Stimmenanteils von 2019 verloren. Also da ist das Abfallen, also das Verlieren vom Stimmenanteil noch stärker als bei der Linken. Schauen wir jetzt mal auf die Sitzverteilung und die Koalitionsoptionen. Es gibt regulär 88 Sitze im Landtag in Thüringen. Und tatsächlich gibt es keine Überhang- und keine Ausgleichsmandate. Das heißt, es bleibt auch bei den 88 Sitzen im Landtag. 45 sind für die absolute Mehrheit nötig. Die Linke kommt auf, noch zwölf Abgeordnete, das BSW auf 15, die SPD auf 6. Dann haben wir die CDU bei 23 und die AfD bei 32. Und was die AfD betrifft, habe ich zwei Anmerkungen an dieser Stelle. Erstens, der Spitzenkandidat Björn Höcke hat es, ja, durchaus knapp in den Landtag geschafft. Denn er hat das Direktmandat im Landkreis, also im Wahlkreis, besser gesagt, Entschuldigung, im Wahlkreis Kreis 2 nicht geholt. Und hätte die AfD 32 Direktmandate geholt, hätte er nicht in den Landtag einziehen können. Die AfD hat allerdings 29 Direktmandate geholt. Und so zieht Björn Höcke über die Landesliste in den Landtag ein. Und die AfD hat genauso wie in Sachsen mit dem Ergebnis die Sperrminorität geschafft und erreicht. Das heißt, bei Verfassungsänderungen oder bei der Auflösung des Landtags und auch bei weiteren Fällen, die teilweise auch sehr spannend sind, können die anderen Parteien nicht ohne Zustimmung der AfD irgendetwas beschließen. Wenn wir jetzt auf die Koalitionsoptionen blicken, dann wird es in Thüringen sehr kompliziert. Also Rot-Rot-Grün, die bisherige Koalitionsoption, das war ja eine Minderheitsregierung, die kann nicht weitermachen. Die Grünen sind ja gar nicht im Landtag drin. Linke und SPD haben nur 18 Sitze. Da wird keiner auf die Idee kommen, Linke und SPD zusammen zu tolerieren. So, dann wurde ja im Vorfeld spekuliert, ob es nicht reichen könnte für BSW, SPD und CDU. Es reicht tatsächlich knapp nicht. 44 Sitze sind es für dieses Bündnis. Das heißt, man kommt auf genau 50 Prozent der Sitze, aber nicht auf eine absolute Mehrheit. Und das bringt die CDU in eine Predulie. Denn die CDU hat ja eigentlich Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Und zwar gibt es da die klare Aussage, es gibt keine Koalition mit der AfD und es gibt keine Koalition mit der Linken. Wenn man diese Standpunkte vertritt und weiterhin vertritt, dann würde das bedeuten, die CDU kann keine Mehrheitsregierung bilden in Thüringen. Sie kann dann höchstens, was man sich durchaus vorstellen kann, ein Bündnis mit BSW und SPD bilden und sich dann tolerieren lassen, zum Beispiel von der Linken. Aber es wird keine Koalition mit der Linken geben. Auch wenn Bodo Ramelow angekündigt hat, mehr oder weniger der CDU helfen zu wollen. Die Frage ist, ob die CDU bereit ist, sich helfen zu lassen von der Linken und in eine Koalition einzutreten. Ansonsten sei an dieser Stelle noch gesagt, auch das BSW und die AfD verfügen über eine absolute Mehrheit. Das BSW will zwar nicht mit der AfD koalieren, aber man kann sich durchaus vorstellen, so wie ich das gelesen habe, bei Vorschlägen, die auch dem BSW gefallen, mit der AfD zusammenzustimmen. Allerdings ist das jetzt keine Sache, die das BSW neu erfinden würde. Das gibt es zum Beispiel auch auf regionaler Ebene zwischen der CDU und der AfD bereits. Und ich weiß nicht, ob das nicht sogar schon auf Landesebene in Thüringen passiert ist. Ja, wir können also mal festhalten, von einem schwierigen Koalitionsgebilde, das wir vor der Wahl hatten, also einer Minderheitsregierung, kommen wir jetzt in eine Situation, in der es auch nicht einfach ist, eine Minderheitsregierung zu bilden. Das bleibt mal abzuwarten, was in Thüringen passieren wird. Mario Vogt, der Spitzenkandidat der CDU, hat tatsächlich beste Chancen, auch Ministerpräsident von Thüringen zu werden. Aber ja, eine Minderheitsregierung ist momentan eine Sache, die ja durchaus anspruchsvoll zu konstruieren ist. Denn dann müsste die CDU ja mit SPD, BSW und Linke zusammengehen. Und ja, da gibt es einige Hürden, die es zu überwinden gilt. Also es bleibt tatsächlich spannend in Thüringen. Und das soll es zu diesem Video gewesen sein.